Ich muss den natürlich jetzt schnell fahren lassen, damit er auch rauskommt. Es kommt aber auf der Kamera auch nicht so gut rüber wie in echt, glaube ich, aber es ist wirklich sehr schön. Es kommt aber auf der Kamera auch nicht so gut rüber wie in echt, glaube ich. Ja, und ich glaube, jetzt ist das Vergnügen auch schon wieder vorbei. Aber trotzdem ist es immer schön. Okay. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.